Ok Ok Oh wie Bock Ok, über einmal Halt, halt, halt Ok, runter mit uns Dankeschön Gerne Ok Gibt es in Ich würde gerne gehen all die weg nach Stay mit 3 Ich würde gerne gehen Ich würde gerne gehen Ich würde gerne gehen Ich würde gerne gehen Können Sie mich hier raus Danke Ja Los geht's Meeras Ja Ja justfta ist das los Enemy vehicle Ja, ich hab ihn Auf Okay, great Squad 4, sind es enemy Vehicles? Nehmen wir uns? Wir sind in front of me, ich bin auf. Roger Roger Ich würde sagen, nicht die Hauptbasis zu pushen. Du fährst jetzt all den Weg nach der Hauptbasis. Vielleicht hältst du da und warte für die Vehicle. Okay Ich habe die woods auf der linken Seite checked. Auf jeden Fall Papernhof oder Vertuo, also da wo wir sind, kommt auf jeden Fall Flange hin. Wir haben hier gegen den Filtup. Wir haben hier gegen den Filtup. Vielen Dank. We have on power enough is open, so our vehicles could shoot in there. Where exactly? Wait, or what? Should I drive forward? Where do you want us? The armor. Enemy, I think it's a BTR. I'm checking now. I think you're there right good. I don't think you can do a lot of the enemies on the cap. Command told us to stay here and blockade. Okay. Copy that. Did you stop engine? Yes. No. Okay, then it was your sound that I heard. Can you stop the engine real quick? No, no, no. There was some other sound. Ah, okay. Okay, okay. Maybe the BTR. Can you stop the engine real quick? And for me, it's clear here. I heard the sound. You hear that? No, but I'm unsure. That's a 30mm. I heard somebody driving there. I heard the sound of 30mm. Oh, and behind me too. As hi have you heard your medicine. You hear that? Hey, there's one friendly Lodgie. On our location. Roger. There is someone coming our way Can you talk with 5 to shut down their engine? That's somebody else, that's not 5 Yes, agreed Find up on the front of the proxy, we take them out and see if they come away There's a pink one behind us Maybe it's them One, south-west for you, two vehicles One One is tracked Ready? Okay Uh... Crashly come in Enemy vehicle, behind Let's go What was that? What was that? Yes, see I need to get a closer look Oh, MPT Yeah, I see Gun repression Is that my marker? I don't know 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 Turn your frontal armor towards 3-0-0 2-9-0 I don't know What kind of ammo will you do? Can you confirm? I'm out of ammo I'm out of ammo We need to get it back Cool We can get some ammunition in my marker Left turn Yeah Oh, we passed it He was out of my marker Okay Oh, I'm under the vehicle Oh, nice, nice Can you help me with this? Well, then you diggin' No things True Good to have a pass session Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Yeah, we'll go back there and kill them. Oh, Hitler reloading ammo. We need ammo. I think we have ammo. Oh, not really. Okay. I'm loading armor piecing rounds. It will take like one minute. Okay. 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 Let's go. 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 We're done. Everything's up. Ready to go. Kannst du irgendwie eine Munition organisieren für mich? Ja Ich bin auf der Norden Haare, ich habe ein paar Fahrzeuge, aber die Norden Haare ist wirklich leer, in terms of Munition Ja, ich kann 300 Vielen Dank Logi Ja, wir haben ihn ausgesucht, gut, gut Ja Kannst du ein Moment warten, damit ich die Ammonition kann? Ja, danke Hier ist deine Ammo Okay Let's go to Ammo Hill Ja, ich kann, um, kommen in, auch Willst du kommen? Ja Okay Ich komme Ich gehe so schnell wie ich kann Ich bin Wir haben Munition abgetroppt hier bei der Hub Vielen Dank Wenn ihr noch mehr braucht Reicht, reicht schon Danke Tschö 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 Wir haben euch ein Auf Helm von Virtuell ist Proxy Nähe Na Wir sind gerade Sie sind auf der Hub von Virtuell für die Wir sind Okay Okay Don't worry, they're gonna take out the ammo hill Wow Enemies marked here close Let me out Yeah, yeah, yeah Yeah Oops, sorry Sorry, sorry Fünf, ihr übernimmt den Westen hier Macht ihr in Ordnung? Sorry Squadlet, ich habe dich getötet Auf jeden Fall zwei habe ich erwischt Ja, das habe ich Ja, das habe ich Victor, ihr habt so eine Ohr auf dem Hull? Watch out, Freddy, wir sind weg Roger Let's go, driver Fünf, drei, dieben, wie auch immer, geht das hoch oder nicht? Insgesamt minus drei Sehr gut Schnellel Da kommt ja noch mal. Fünf... Lauf ich hier auf dem Umfeld mit rauf. Ich könnte vielleicht im Fallen auf dem Umfeld liste ed. Oder fachst du auch vom Zettel rauf, wenn das passt Wow Let's go to my marker 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 Hey guys, sind wir zu einem Milchstein? Hallo Let's check the crossroad Command, do you have artillery? Enemy Lodge, Bearing 160 Behind the logs We have 11 minutes till Archer Rig Wigile in We have a pretty heavy pressure on Amol Yes, we have to do it We have to do our best The ammunition would be cool on the FOP So we can take a bit of something If we have an east of Amol We have to do it We have to do it Is there a HAB? Can we check that? Where? Can you mark it? Yeah, I marked it now Yeah, I'm going to check that Seems pretty empty Yeah, he got obliterated probably Okay, let's keep an eye on the main road No, stand back Stand back Stand back Stand back Stand back Yeah, it's him So, I'm coming Zero, two, one, five I guess the HAB is an offset with a radio Wir verlieren Ammo, hier? Ja, wahrscheinlich Ja, wir können nicht arbeiten von mir, sonst ist es egal Okay Okay Ich denke, dass wir diese Straße blockieren können Ja, wahrscheinlich über die Hände Der Kip ist gleich durch bei Holmstedt Auf meinem Ort ist der Lodge unmettet Der Lodge ist unmettet Der Lodge ist unmettet Let me check Oh, ja Ja, ja Ich habe ihn Okay, gehen wir zur Region Line und nehmen die Infanterie Okay Oh, somebody Ja, ja, sie sind über die Hände Ich werde zurück zum Crossroads Ist das jemand? Ja, das ist Freundlich Fiering an enemies Boys, willst du kommen mit uns? Ja, okay, aber es gibt enemies zu der Richtung Enemies zu der Richtung Enemies zu der Richtung Ich komme mit dir Okay, wir gehen mit der x4 Actually Wir haben einen Gegner nördlich im Bunker Nördlich vom Kabel Mark 5 Ich werde den Weg zurück Ja, wir müssen hier raus Ich habe dich Kann den Moni ausladen? Ich werde es versuchen Bisschen Moni braucht man hier, come on Bisschen Moni, ja, danke Noll, we have one more point Äh, ja, feide auf, äh Müssen die Bumsieben sein Ja, wir können fahren in Homstead Sechs, der liegt da Ich bin bei den Brandstämmen Ich habe das Vehikel recuperiert Ich bin tot Oh, nice, nice Schöö, schönes Ding, schönes Ding, GG Nice, nice, schönes Ding Damn fine gunnery Oh well Ich bin tot, du bist Ja, hier ist ja hinangehen, ich bin tot, du bist